Liebe Freundinnen und Freunde, als ich in meiner letzten Amtszeit, sie ist noch nicht so lange her, den Schlachthof von Tönnies besucht habe, da war es ungefähr so schwül wie jetzt gerade. Da standen Menschen in der Zerteilung wie Zahnräder eines Getriebes, Schulter an Schulter, es war saukalt. Da roch es nach Eisen, da roch es nach Ammoniak, da wurden Schweine getunnelt, sortiert, durchgeschlachtet. Über 20.000 pro Tag. Mit Würde hatte all dies nichts zu tun, mit Zivilisation nicht viel. Was mich bei Tönnies um den Schlaf bringt, ist die Vielschichtigkeit dieser Misere. Tönnies Geschäftsmodell verantwortet Tierquälereien, aber nicht nur, nitratverseuchte Böden, aber nicht nur, miserabelste Arbeitsbedingungen, aber nicht nur, die Geringschätzung bäuerlicher Erzeugnisse, aber nicht nur. Dieses Geschäftsmodell legt fatale Verflechtungen zwischen politischen und wirtschaftlichen Interessen offen, aber eben nicht nur. Es geht um mehr. Es geht um all das zusammen. All das hängt zusammen. Und liebe Freundinnen und Freunde, das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, dass sich die Dinge ändern müssen, dass wir diese Welt gestalten müssen, wenn wir wollen, dass sie bewahrt wird. Und ja, manchmal fühlen wir uns klein, so ganz einzeln, angesichts eines solchen Systems, das über Jahrzehnte vom Filz gefördert wurde und jetzt fast unüberwindbar scheint. Aber ich habe Parteipolitik deswegen angefangen, weil ich daran glaube, dass man etwas ändern kann, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Manchmal geht Veränderung unverhofft schnell und manchmal quälend langsam. Aber mit uns Grünen geht Veränderung in die richtige Richtung, liebe Leute. Heute das Morgen gestalten. Das ist das, was mich antreibt. Der Armin Laschet ist ja angetreten, NRW zur Nummer 1 zu machen. Klingt gut, oder? Nur worin? Zur Nummer 1 im Windkraftausbau verhindern, zur Nummer 1 im Klimaschutz verhindern und im Kohlegesetz verlängern, damit Menschen ihre Dörfer verlassen müssen und das Klima weiterleidet. Zur Nummer 1 im schnellsten und lockersten Lockerungsmanöver der ganzen Republik. Medial inszeniert und trotzdem irgendwie immer so ein Fußbreit hinter dem Konkurrenten aus Bayern. Die Menschen in NRW stehen in diesem Wettrennen hinter der Tribüne. Denn diese Vorführung ist exklusiv für die CDU-Parteimitglieder gemacht. Liebe Freundinnen und Freunde, NRW ist zu wichtig, um ein Schauplatz für einen CDU-Bundesparteitag zu werden. Und wir Grüne wissen, wo wir hinwollen mit unserem NRW. Mit uns wird das Land von Stahle und Kohl zur ersten klimaneutralen Region Europas. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist unsere historische Aufgabe, die wir hier in NRW zu leisten haben. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und immer mehr Menschen versammeln sich hinter dieser Idee. Egal ob im Hambacher Wald oder bei Fridays for Future. Das merken wir doch, wenn wir Unternehmen besuchen, wenn wir die kleinsten Initiativen besuchen. Ich habe in den letzten Jahren wirklich viele, viele engagierte Menschen kennengelernt und getroffen, die wissen, wie es geht. Der Handwerker, der mit seinem Lastenrad den Stau umfährt und der zeigt, dass es geht, die guten Dinge, die lange halten, noch selber zu produzieren. Die Bäckerei, die kurzerhand zum Elektro-Lieferfahrzeug-Initiativnetzwerk wird. Die Baugruppen, die auf dem Land zeigen, man kann auch auf dem Land anders wohnen, mehr Generationen, ökologisch, dem Flächensparsamkeitsprinzip unterliegend. Die, die in den Konzernen wissen, dass sie nur dann wirtschaftlich erfolgreich werden und bleiben können, wenn sie umstellen, auf eine soziale und ökologische Art zu produzieren. Die Gründerinnen und Gründer, die Nachhaltigkeit zum Erfolgsmodell machen. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Menschen alle, Frauen und Männer in Nordrhein-Westfalen, die verdienen unsere Unterstützung und die geben uns Rückenwind. Aber wir wissen auch, diese Transformation gelingt nur, wenn alle Platz finden in diesem neuen, in diesem klimaneutralen NRW. Die jungen Familien im Rheinland, die sich die Miete nicht mehr leisten können. Die Stahlarbeiter im Ruhrgebiet und Siegerland. Die jungen NRWlerinnen, die noch immer in einem Bildungssystem des 20. Jahrhunderts hängen müssen. Die vielen, die jetzt um ihre Existenzen bangen, die die Sorge um den Verlust ihres Arbeitsplatzes verunsichert. Deshalb muss unser grünes Wirtschaftswunder auch ein soziales Wirtschaftswunder sein. Hinter dem Wirtschaftswunder muss sich ein neuer Gesellschaftsvertrag verstecken, einer, der Freiheit und Gerechtigkeit mitatmet. Sanierte moderne Schulen für alle, geschützte Radwege und Plätze für die Menschen. Beste Bedingungen für die, die sich um unsere Kinder, unsere Alten und unsere Kranken kümmern. Und Solidarität untereinander und miteinander und das Wachstum, was produziert wird, findet in Grenzen des planetaren Möglichkeiten statt. Beim Begriff Wirtschaftswunder, Freundinnen und Freunde, sollen bei uns alle profitieren. Es soll ein Wunder für alle in Nordrhein-Westfalen werden. Und das sage ich auch an die, die vielleicht alt und altbacken und altdenkend im Wirtschaftsflügel von CDU und FDP sitzen und bei dem Begriff Wirtschaftswunder an Pelzmäntel, dicke Zigarren, dicke Mercedes und die Buttercremetorte von Oma denken. So denken wir nicht. Weil für uns bedeutet ein Wirtschaftswunder auch Vielfalt. Unsere Vielfalt und unser NRW hat es verdient, echt vielfältig auch in der Wirtschaft zu werden, unsere Gesellschaft in Vielfalt zu stärken. Weil wir meinen damit nicht Vorstände, in denen mehr Thomasse als Frauen sitzen oder mehr Peter als People of Color. Unsere Vielfalt ist keine Komfortzone. Integration ist anstrengend. Und sie erzeugt auch Reibung. Aber wenn wir es gut hinkriegen, liebe Freundinnen und Freunde, entsteht daraus Wärme, neuer gesellschaftlicher Halt, Wärme und Solidarität untereinander und miteinander. Ich habe nicht nur Tönnies besucht und mit den Beschäftigten im Tagebau geredet, ich diskutiere auch unser Kartoffelplakat mit den Bauern. Und ich trotz eines unverschämt, aber richtig gut geschriebenen Briefes des Kartoffelhandelsverbands über eine PR-Agentur aus München bundesweit lanciert, nehme ich selbstverständlich die Einladung zum Gespräch an. Ja, weil, liebe Freundinnen und Freunde, ich gehe auch in meiner Stammkneipe immer noch gerne die Diskussion ein um das Nichtraucherschutzgesetz, weil ich finde, es ist richtig, auch dahin zu gehen, wo es auch mal stinkt und kracht. Weil das müssen wir machen, weil unsere Ideen haben es verdient, verteidigt zu werden. Wir brauchen breite Bündnisse, das heißt, wir brauchen die Klimabewegung, die sozialen Bewegungen, wir brauchen die Unternehmen, die Gewerkschaften. Und wir am besten wissen doch, wie kann man eigentlich aus Streit Konsens erzielen. Denkt mal dran zurück, 40 Jahre lang machen wir nichts anderes. Das ist unsere innerparteiliche Demokratie, die sagt, wir streiten auf inhaltlich hohem Niveau, aber finden Konsens, der alle trägt. Mit dieser Grundkompetenz auch Demokratie zu organisieren, müssen wir uns zutrauen, diesen Wandel zu begleiten als Grüne. Wir haben in den letzten drei Jahren echt viel erreicht. Wir sind gewachsen an uns selber und nicht nur in den Mitgliederzahlen. Und heute, das Morgengestein, das gilt halt auch für unseren Landesverband. Wir haben viel Programmatik gemacht. Wir haben uns neue Finanzierungsmodelle für Bus und Bahn überlegt. Wir haben eine Antwort gegeben, wie man Transformation gestalten kann, digital, sozial und ökologisch. Wir haben in der Bildungskommission einen sehr, sehr guten Bildungsbeschluss gefasst. Und vor allem haben wir so viele kandidierende, selbstbewusste Kandidierende zur Kommunalwahl wie noch nie zuvor. Und das nicht nur im städtischen Bereich, sondern vor allem auch im ländlichen Bereich. Und wir wachsen und wir hören nicht auf zu wachsen. Und das ganz Erfreuliche ist, es kommen immer mehr Frauen zu uns. Und ich rufe euch zu, liebe Frauen, in den Streams. Und alle Frauen, die hier in der Halle sitzen. Und auch alle Männer, die hier in der Halle sitzen. Holt die Frauen in unsere Partei. Himmel, Herrgott. Für die Gleichberechtigung von Frauen in unserer Gesellschaft gibt es original eine Partei, die das innerparteilich hart immer wieder aufs Neue erkämpft und Pol hält. Und die Frauen damit ausstatten kann, zu wissen, wie das geht da draußen am Arbeitsplatz, wo man keine Chance hat, in der Vorstandsetage dabei zu sein. Wir Frauen innerhalb den Grünen und glücklicherweise mit immer mehr Männern, bei uns Grünen sowieso, aber auch draußen in der Gesellschaft, werden dieses Jahrhundertwerk annehmen. Und wir werden dafür sorgen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind in unserem wunderschönen Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Europa und der Welt. Mona. Komm jetzt zum Schluss. Ich habe noch eine Sache, komme aber damit zum Schluss. Ich bewerbe mich bei euch als eure Landesvorsitzende jetzt. In den letzten Tagen und Wochen gab es doch ein paar Nachfragen an mich, was ich denn jetzt so machen würde. Eigentlich ist ja schließlich jetzt meine vierte Amtszeit, wo ich um euer Vertrauen werbe. Und deswegen will ich euch sagen, ich werde mich nicht für den nächsten Bundestag bewerben, weder auf dem Listenplatz, noch für ein Direktmandat in Düsseldorf, weil mein Herz schlägt für die Landespolitik. Die nächsten zwei Jahre werden super spannend. Wir haben in 29 Tagen Kommunalwahl, in 400 Tagen in etwa die Bundestagswahl, in rund 631 Tagen die Landtagswahl. Jetzt aber geht es erst mal darum, dass wir bei der Kommunalwahl alles in die Waagschale werfen, das beste Kommunalwahlergebnis aller Zeiten zu holen. Und wie wir uns in den nächsten Monaten und Jahren aufstellen, inhaltlich, personell und strategisch, das machen wir alle zusammen zum richtigen Zeitpunkt. Daran will ich mitarbeiten, an eurer Seite, für NRW, für euch, nur mit eurem Vertrauen. Heute das Morgen gestalten. Guckt eure Stimmkarten an, da steht es drauf. Ihr habt es in der Hand. Ich danke euch. Applaus 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 Applaus